Hallo, ich bin Selby und ich möchte dir vom Self-Publishing-Buchpreis erzählen. Als Self-Publisher oder Self-Publisherin leistest du täglich unglaubliche Arbeit. Viele Autorinnen und Autoren kümmern sich neben dem Schreiben auch um die eigene Vermarktung. Dass dieser Umstand trotzdem hervorragende Bücher hervorbringt, die Verlagsveröffentlichungen in nichts nachstehen, wollen wir mit unserem Preis verdeutlichen. Und gleichzeitig möchten wir viele neue Leserinnen und Leser für dein Buch finden. Bewerben kann sich jede Autorin und jeder Autor, dessen Verlags unabhängiges Buch in gedruckter Form vorliegt und einer der folgenden Kategorien angehört. Billetristik, Sachbuch und Ratgeber oder Kinder- und Jugendbuch. Außerdem darf die Veröffentlichung deines Buches nicht länger als zwölf Monate zurückliegen. Und es muss im Verzeichnis lieferbarer Bücher gelistet sein. Detaillierte Informationen zum Preis findest du auf unserer Webseite. Reiche jetzt dein Buch ein und zeig der Welt, wie professionell Self-Publishing geworden ist. Ich freue mich auf deinen Titel. Und du hörst die Welt hinzu. Du darst nie vägen Constitution yapten.